moin moin meine lieben zuschauer ich habe mir überlegt heute mal wieder elders 19 aufzunehmen ich hatte auch ja die videos schon verschoben ist der schon bereits und da habe ich bin gedacht nämlich auf und so in die videos jetzt kommen das passiert halt nicht so oft sorry das passiert ist mit der verschiebung aber es ist halt was vorgefallen mit homeschooling sowas da muss ich erstmal ruhe haben vor allem in ferien könnt ihr auch verstehen und ich hoffe ihr habt ihr spaß so ist ja der traktor wie ihr seht so dann starten wir mal den motor und zack also unsere spedition sucht immer noch frei personal gibt es für immer so ja wir fahren jetzt zwar nicht so oft weil der chef hat urlaub genommen jetzt erstmal so jetzt kommen wir noch mal zu ls 19 das hier ist ja das feld fast fertig und ich habe mir gedacht ich frage euch mal was eure idee wäre was nach dem feld kommt ob ihr rasenmähen wieder oder bäume fällen oder was weiß ich sonst was ihr könnt ja in die kommentare schreiben falls ich zu schnell rede oder so auch gerne in die kommentare schreibt auch gerne in die kommentare schreibt auch gerne in die kommentare schreibt ja wie ihr bald seht habe ich mich schon verbessert mit dem video ganz gut zu ich rede auch ausführlicher das wisst ihr vielleicht auch weil ich mich erholt habe ich glaube wir müssen gleich wieder so einen hänger holen so einen ballenwagen ja also genau das wollte ich euch ja noch zeigen viele hänger wie schon voll hart also wir haben ein zwei drei vier fünf sechs sieben hänger schon voll mit dem bein und jeweils acht stück sieben mal acht ist äh äh ich will dasstück 54 bei sind hier drauf ich hätte nicht gedacht dass so viele bein raus kommen aber die lassen wir ja auch nicht hier So, soweit ich weiß, sind da hinten auch Ballen, aber die bleiben da. Hier sind noch die Miettraktoren. So. Kaufen noch mehr Ladewagen. Ballentechnisch. Zack. Äh, kaufen. Kaufen. So. Ach, dann nehmen wir mal so einen Traktor. Ich weiß, wofür sind die gemietet, wenn die eh nicht fahren. Deswegen nehme ich den einmal mit schon. Äh, eigentlich ist es so gut wie fertig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man den noch abbraucht. Ich weiß nicht. 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 ob das andere Video ausfallen wird. Ich weiß nicht. 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 Wir können das nochmal rufen. Je nachdem. Ich glaube da hinten, da hinten rein, zumal ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Video geht halt mehr als 15 Minuten, wie ich gedacht habe, egal, ein paar Sekunden, ein paar Minuten, die Zeit länger ist ja nicht schlimm. So, jetzt muss ich nur gucken, wo dieser Protzer ist, weil wir haben neuerlich hier den Hof und dieser Löser bin ich, aber wir wissen jetzt leider nicht, wo dieses Gerät ist. Das ist natürlich jetzt doch... Oder haben wir hier eins? Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Zack. 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 setzen wird sowieso immer so nir Beatles Precis those eight guys so gut wie fertig. Tisch. So. So, dann tue ich den anderen Loch noch ein paar putzen. So, dann tue ich den anderen Loch. So, dann tue ich den anderen Loch. So, dann tue ich den anderen Loch. So, dann tue ich die Maschine auf. So, dann tue ich die Maschine. So, dann tue ich den anderen Loch. So, dann tue ich mich natürlich und aktiviert die Glocke. So, dann tue ich die Maschine auf. So, dann tue ich die Maschine auf. So, dann tue ich die Maschine. So, dann tue ich die Maschine. Vielen Dank.